Hallo und herzlich willkommen zu Folge 464, ja, ich kann mir überlegen. Wir stehen hier vor Burke, oder Burke, die alte Gurke. Und, ja, die haben sich ein paar Orkswälder eingeniessen, die haben auch den Koch geschnetzelt, oder den Wirt. Hey, wer bist du denn? Was willst du hier? Hallo, ich wollte mich hier nochmal umschauen. Ach, und warum? Suchst du jemanden? Nein. Gut, mein Junge. Diese Antwort hat dir ein paar gebrochene Knochen, Herr Spahr. Das wollen wir mal sehen, Kollege. Wenn du dich jetzt noch friedlich verhältst, werden wir zwei keine Probleme miteinander bekommen. Dann hau ich sowas von um. Wer seid ihr? Ich heiße Olbers. Meine Kumpels hier heißen Burke und Latigo. Und wer bist du? Mein Name ist Roland. Schön. Willst du was trinken? Klar. Warum nicht? Gut. Ja, es ist ein Bier. Auf dein Wohl, mein Junge. So böse mit dem Visier auf. Mit dem Helm. Genial. Roland, was ist das für eine dumme Frage? Ja, da liegt einer mit Schürze tot auf dem Boden? Oh mein, gut, kann auch ne offensichtliche Frage sein. Ne? Ne rhetorische Frage. Also mit, dass er tot ist, ist auf jeden Fall klar. Und die Verdächtigen, äh, sind auch klar aufzuzählen. Eins, zwei, drei. Aber wir können trotzdem mal fragen, ne? Vielleicht erfahren wir auch was über das Motiv. Ich würde aber gerne eigentlich mich durch das erste Mal ein bisschen umschauen. Kann ja sein, dass ich die verärgern könnte mit, ach, ist egal. Die können schon mal am Arsch legen. Hey. Was ist los? Kollege, red mit mir. Was soll denn das? Habt ihr den Wirt umgelegt? Pff, das war Berg. Der Kerl ist wie ne Klapperschlange. Schlägt zu, ohne groß zu fragen. Und warum? Nun, der Wirt wollte nicht verraten, wo er sein Gold versteckt hat. Wollte es legitim, ja, doch. Schließlich wurde Berg ungeduldig und hat den Mann umgelegt. Was macht ihr hier? Wir sind auf der Jagd. In der Kneipe? Naja, im Moment legen wir eine kleine Pause ein. Was jagt ihr denn? Wir jagen Joe. Joe? Wer ist das? Ein zäher Bursche, der uns immer wieder durch die Lappen gegangen ist. Latigo hatte mal eine unliebsame Begegnung gehabt. Seitdem will er sich an Joe rächen. Erzählt mir mehr von Joe. Lieber nicht, sonst fährt Latigo gleich wieder aus der Haut. Wenn er den Namen Joe hört, rastet der aus. Okay, interessant, also die haben ja eine kleine Geschichte zu erzählen. Die drei Hammel hier in der Kneipe. Latigo ist der letzte, mit dem wir noch nicht ein Wort gewechselt haben bis jetzt. Mit denen hatten wir ja schon das Vergnügen. Gerade mal schauen, inwiefern sich also das... Berge ist sehr gewalttätig, hat den Wirt wegen eines nichtigen Grunds getötet. Latigo ist hinter Joe her. Und ja, wer soll hier jetzt schon herausfinden, was die hier wollen? Gerade mal hier umschauen. Zieh irgendwas, Weinvorrat, Mehlvorrat oder sonst was Vorrat. Ein bisschen Käse im Regal. Und sonst ist hier wenig los. Und dann schieß mal los, Latigo. Hallo. Hallo. Mann, was willst du? Rede mit Olbers, wenn du mit ihm quatschen willst. Ist der eher so ein Rüge oder was? Olbers sagte mir, dass du hinter jemandem Herr bist. War mir klar, dass Olbers mal wieder die Klappe nicht halten kann. Willst du darüber sprechen? Na schön, was willst du wissen? Warum bist du eigentlich hinter diesem Joe her? Joe, Joe, hör auf. Wenn ich diesen Namen schon höre, könnte ich explodieren. Jetzt beruhige dich mal wieder. Und erzähle mir lieber, warum du so wütend auf ihn bist. Das kann ich dir sagen. Wegen diesem Borschen wäre ich fast aufs gegangen. Er hatte mir die Knochen gebrochen. Es dauerte Monate, bis ich wieder in Ordnung war. Das soll er mir büßen. Verstehe. Es geht also um Rache. Ja genau, um Rache. Doch Joe ist flink und gerissen. Wochenlang war ich mit Burke und Olbers hinter ihm her. Immer wieder ist er uns entkommen. Aber eines Tages werde ich ihn kriegen. Aber jetzt muss ich wohl allem anscheinend nach alleine hinter mir herjagen. Da Burke und Olbers keine Lust mehr haben, mich zu begleiten. Dabei sind wir ihm dicht auf den Fersen. Naja, vielleicht kann ich sie ja irgendwie doch noch überzeugen. Okay. Hey du! Wir können ihn immer noch ansprechen. Gerade mal schauen, was hat sich hier so getan. Aha. Burke will Latigo nicht mehr weiter begleiten. Anscheinend ist Latigo von Rache getankt so besessen, dass er nicht mal mehr zurechnungsfähig ist. Mal sehen, was Olbers sagt. Also wir können hier echt mit allen ein bisschen schwatzen. Die ganze Zeit. Aber Joe selbst wird natürlich bestimmt auch noch einen wichtigen Part übernehmen in dieser Quest. Hey. Mach hier bloß keinen Mist. Ich behalte dich im Auge. Ja, alles klar. Wirst du Latigo weiter auf seine Jagd begleiten? Nein. Und ich habe ihm schon vor ein paar Tagen klargemacht, dass er nicht mehr mit mir rechnen kann, wenn er so weitermacht wie bisher. Was meinst du? Wird Latigo die Jagd abbrechen, wenn er alleine ist? Ich glaube nicht. Dazu kenne ich ihn zu gut. Er wird nicht aufgeben. Er wird Joe so lange jagen, bis er mit ihm abgerechnet hat. Und sonst? Geht so. Kann mich nicht beklagen. Ich weiß nicht warum, aber die sind mir irgendwie viel zu sympathisch dafür, dass sie hier einfach so zwei Leute umgebracht haben. Da haben wir noch Pech gehabt in dem Zimmer. Und hier ist auch nur ein Zimmer mit großen Fenstern. Ein bisschen sehr groß. Also für kleine Kinder ist der Raum hier nicht geeignet. Jetzt müssen wir vielleicht wieder mit Latigo reden. Der hat ja seinen Standardsatz jetzt und der andere auch. Ich glaube, es stört... Ne, okay. Alles cool. Ich dachte eben gerade schon, wäre die Aufnahme abgespielt. Deswegen. Naja, aber es scheint nicht der Fall zu sein. Hey du! Deswegen machen wir gerade weiter. Olbers und Burke werden dich nicht mehr begleiten. Das dachte ich mir. Aber egal. Dann jage ich Joe eben alleine. Du gibst nicht auf, was? Nein. Was ist eigentlich mit dir? Hättest du nicht Lust, dich in der Jagd zu beteiligen? Wieso? Was habe ich mit deinen Angelegenheiten zu tun? Ich kenne diesen Joe doch gar nicht. Überlege es dir. Ich wäre bereit, dir 500 Goldstücke zu zahlen, wenn du mir hilfst, Joey zur Strecke zu bringen. Wie? So viel ist dir die Sache wert? Ja. Überlege es dir. Ach, warum nicht? Einverstanden. Ah, gut. Wenn du soweit bist, können wir uns doch gleich auf den Weg machen. Okay, jetzt haben wir Jagd auf Joe. Ich will mal ganz kurz schauen, was passiert, wenn wir kein Interesse zeigen. Deswegen speichere ich mal kurz hier ab. Dann können wir da notfalls wieder laden. Ich bin eigentlich schon dafür, dass wir den zerlegen. Aber erst mal neu laden. Dann haben wir ein schönes Bild, ein paar Orks. Ich glaube, das war da unten bei der Festung, also bei der Küstenfestung vor Vanguard. Da haben wir auch so eine ganze Ork-Herde aufgerieben. Da war ja dieser eine Kasper-Ork, der sich irgendwie verstekelt hat. Hey, du! Dann haben wir da die ganze Zeit Scheiße suchen müssen. Wie? was ist, wenn wir das hier sagen? Kein Interesse. Selbst schuld. So schnell wirst du nicht mehr so viel Geld verdienen. Okay, das war's auch. Also hier können wir auf jeden Fall, ja, machen wir halt eine Quest mehr. Oh, jetzt war jeder Spax. Ich glaube, ich habe auch ganz kurz die Aufnahmen unterbrechen müssen. Wir haben ein paar Texturenfehler. Ich glaube, es kann sein, dass ihr jetzt schon nur ein schwarzes Bildschirm habt, wenn ihr nur noch mal eine Stimme hören oder ertragen müsst. Deswegen gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Hey! Und Berg rennt wieder wegen Störder raus und dann von mir aus kann das losgehen. Fangen wir mal an. Gut, dann folge mir. Ich bringe dich zu dem Ort, wo ich ihn zuletzt gesehen habe. Ich hoffe, wir können das aber so angehen, dass wir dann uns quasi gegen Latigo stellen und dann wahrscheinlich Joe helfen. Denn mir kommt es so vor, das ist halt so mein altes Rollenspielgefühl, sage ich mal, dass die Leute, die unschuldige Passanten umbringen, im Normalfall die Bösen sind. Aber wie gesagt, es gibt nicht immer nur Schwarz und Weiß. Manchmal kann man eben aus der Sicht heraus sagen, was ist schlecht, was ist gut, was ist böse, was ist lieb. Das ist immer Ansichtssache. Aber in dem Fall und zu dem, wie der Roland eigentlich drauf ist, würde ich sagen, wir müssten eigentlich die da knechten und nicht den Joe. Wobei ich den nicht kenne. Wie geht es jetzt weiter? Verdammt, keine Spur zu sehen. Lass mich mal überlegen. Wir sollten mal beim Steinkreis nachsehen. Vielleicht finden wir ja dort eine Spur. Jo, mach das. Da habe ich zum Glück schon aufgeräumt. Also zum Glück haben wir erst die Gegend hier gesäubert, weil sonst wäre das ein bisschen lästig geworden, die ganzen Wiesenschinder da umzubringen und auch die Golems oben, gerade die Golems. Weil der Latigo wahrscheinlich ziemlich leicht draufgehen wird. Ich bin jetzt mal gespannt, wie tiefgründig, oder nicht unbedingt tiefgründig, aber wie intensiv oder wie lang diese Queste hier gehen wird. Also es kann sein, dass es nur so... Also ich hätte eigentlich gedacht, die wäre schon längst rum. Mein erster Gedanke war, hm, da sind drei Böse, mit denen reden wir, danach knüppeln wir sie um und danach erzählen wir es vielleicht dem König oder sonst wem und gut ist. Aber nein, dass wir jetzt hier quasi auf Menschenjagd gehen, nur aus Rachegründen, das hätte ich Roland gar nicht zugetraut. Und? War es gefunden? Hm, leider nein. Und was jetzt? Hm. Wenn ich es mir recht überlege, wird sich Joe wohl in die Berge von Montera zurückgezogen haben. Ich kenne da einen Ort, wo er sich früher aufgehalten hat. Folge mir. Na schön. Weiter. Jetzt kommen wir wahrscheinlich über ein Gebiet, in dem wir noch nicht waren. Hoffentlich ist der Weg da rechts nicht der in der Mitte. Das ist der in der Mitte. Oh, das ist der links. Das wäre natürlich am besten. Da kommt mir das einige an. Nein, das ist natürlich der Weg. Aber vielleicht kann ja auch sein, dass das einfach nur drei Richtungen sind und da hinten ist jemand. Das könnte doch Joe sein, wer weiß. Wenn er das schon direkt wäre, dann, ich dachte jetzt nämlich, also mit dem durchs ganze Gebirge zu rennen, mit dem Latigo, wäre jetzt auch wieder ein bisschen hart gewesen. Aber ich glaube, so weit kommt es gar nicht. Oder doch. Eckbett, okay. Mit dem reden wir noch. Uh, das ist wohl doch nur ein Holzfäller. Müssen wir doch in die Berge. Mit dem Spinner hier da oben. Aber da oben ist jetzt ein Turm oder eine Ruine. Auf dem Berg, das sehe ich. Aber da kann man nichts erzählen. Sieht auf jeden Fall nett hier aus. Oh, hallo. Komm her. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Nach mir dann, nach Bengard und nach Monterra. Okay, gut. Oh. Oh. Ich meine, haben wir durch unseren Meisterschwerti die EP bekommen. Wobei ich gerade nicht... Oh, hallo. Was ist denn? Nachtgreif hier nicht. Oh. Da ist der Typ. Oh, jetzt bestimmt. Jetzt bestimmt habe ich auf die Fresse gehauen. Das wird jetzt auch nicht. Ihr nehmt uns nicht übel. Ist okay. 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 Aufkommen weiter. Ich warte nur auf dich. Ich renne mal ein bisschen voraus. Ist im Normalfall immer sicherer. Und ich speichere hier nochmal ab. Bin mal gespannt, wie sich diese Quest entwickelt. Sieht auf jeden Fall ganz nett hier aus. Die Sache ist nur, was ich halt bei solchen Quests nicht mag, ist, dass wir jetzt halt einen linearen Weg verfolgen mit Latigo eben. Und ich dann am Ende vielleicht nicht mehr so ganz systematisch hier alles durchgehen kann, wie immer. Wenn ich hier irgendwas auslasse. Wir müssen einfach ein zweites Mal hierher laufen. Da hinten sich wieder hüten. Also boah, ist ja geil hier. Jetzt würde ich noch gern was wissen. Das müsst ihr mir aber beantworten. Und zwar kommen wir da überall noch hin? Also per Quest und alles? Oder können wir das frei erkunden? Weil wenn das frei erkundbar ist, das Ganze, dann würde ich das nämlich jetzt schon machen wollen. Bevor wir nach Nordmar gehen. Zieht schon hammermäßig aus. Weil nach Nordmar werden wir ja höchstwahrscheinlich eine andere Karte. Wo ist denn das? Tartas, der wo ist denn rot? Ist das ein Tigo? Ist das ein Sieger? Da kommt es nur so. Tut mir leid. Also vorhin haben wir schon mal seine EP eingesackt. So, dann kann ich direkt mal rein. Bevor der Kasper da noch kommt und alles ruiniert. Oh, ich habe noch einmal zu viel Schlag. Da gab es so dumm, ne? Ich habe schon beinahe gedacht, da hat ein Baumstamm am Boden, aber der ist nicht zum Aufheben da. Jetzt muss ich wieder vorrennen, weil da wieder ein paar Snapper sind. Der wieder. Der Kasper rennt direkt weiter. Ich bin gleich tot. Kannst du mal auf mich verraten, bitte? Kerl. Langsam mal, der rennt er hier gerade durchs Gebüsch oder was? Ohne Rücksicht auf Verluste. Na, immerhin scheinen wir dieses Plateau hier doch einigermaßen erkunden zu können, gerade mit Hilfe dieser Quest. Ich lasse mich überraschen. Ich kann ja auch nicht einschätzen, wie groß das Ganze hier jetzt ist. Lass mich raten, wenn hier hinter der Baumkette befindet sich dann dein Kollege, oh ne, doch nicht. Auf jeden Fall schon Wölfe gesehen. Das sind die Starken, das sind die Mötanerwölfe. Jetzt kriege ich dich. Jetzt habe ich dir wieder einen mitgegeben. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Und hinten ist auf jeden Fall noch ein Wolf, das habe ich genau gesehen. Der entkommt uns nicht. Aber eben, bei sowas darf man sich nicht zu weit entfernen. Nicht, dass der Latigo noch verschwindet oder so. Warum halte ich eigentlich nicht einfach mal meinen Maul? Warum halte ich nicht einfach das Maul? Ei, 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 ei. Und deswegen, Leute, immer oft speichern. Meine Herren. Das war ja wieder klar. Kaum erwähnt, schon passiert. So, und während ich genau weiß, mit der rumrennt, schnettelst du jetzt hier die zwei Wölfe? Es hat Schnee an. Und da rennt er noch. Jawohl, perfekt. Genau so hätte es auch das erste Mal ablaufen können. Er rennt hier lang. Hätten wir ihn ja eigentlich sehen müssen. Hätten wir ihn ja eigentlich sehen müssen. Muss ich sagen. Er rennt er da entlang. Interessant. Aber ich wäre dafür, dass wir das dann alles nochmal in Ruhe erledigen. Sobald wir die Quest abgeschlossen haben. Weil, wie gesagt, es gibt ja auch noch mehrere Wege. Also einmal müssen wir noch um Vengard herum. Das machen wir gerade nicht wirklich. Dann gab es ja noch einen anderen Weg, der vielleicht auch in die Berge führt. Vielleicht nicht. Das habe ich keine Ahnung von. Es ist übrigens cool, wie du einfach in die Gegnermassen reinrennst. Latigu ist ein richtiges Genie. Wisst ihr, manche, die... Oh, da kommt ein Bluthund. Manche, die machen sich schon bereit. Die dann erahnen, wann es losgeht. Und Gegner aus der Entfernung bemerken. Latigu ist nicht so einer. der ist eher so der Hirnlose. Oh, da oben ist ein Weg nach oben auf dem Hügel. Steh auf diese ganze Scheiße. Das ist auf jeden Fall eine Menge Gegner. Ach, da rennt er rum. Das ist leider der Weg nach oben, oder was zu deinem Kollegen? Heieiei, dauert es lang. Aber ich würde gerne noch bis zum Joe vordringen in dieser Folge. Das wäre so das Zielhändnis noch eine riesige Armee von Goblins. Die ignorieren den aber auch. Oh, jetzt zückt er seine Kriegskeule. Der Timo ist erst noch schneller. So, vor allem mit der Metallherde. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Ja, konzentriert sich halt nur nicht. Wenn er das machen würde, Leute, dann würde er die Gegner mit dem Bogen abballern noch, bevor er sie sieht. Was ist denn da hinten? Das hat mir erzählt oder was? Sind ein paar Keiler noch im Weg? Ne, ich stehe auf diese ganze Scheiße. Sie sind wirklich massenweise Gegner. Sehr viel Potenzial zum Erkunden, also kann man nichts anderes sagen. Wunderschön hier. Ich bin gespannt, wie viele Quests hier noch sich hier noch ergeben werden für uns. Ja, der Timo, bevor du mir was erzählen willst, wer ist mir erst um die Kinder kümmern. Wahnsinn, was es hier alles gibt. Da hinten ist auch wieder eine Hüte, da oben ist eine riesige Brücke und überall ist was los. Und jetzt können wir ihn anreden, nicht anschreiben. Dann werden wir noch in der nächsten Folge machen. Ich wollte jetzt halt nicht unbedingt bis zu Joe rennen, aber das wäre, ich fühle mich unwohl bei dem Gedanken abzuspeichern, während wir mit einer Person durch die Gegend rennen. Nicht, dass der irgendwo sonst hinrennt, durch die Erde fällt oder sonst was. Aber jetzt ist er wenigstens still und steht auf einem Fleck. Deswegen ist das eigentlich eine gute Gelegenheit, die Folge zu beenden. Keine Ahnung, wie lange das hier noch dauern könnte. Ich sage, wir fahren in der nächsten Folge fort. Das wird einige Folgen dauern, die wahrscheinlich alles zu erkunden, aber ich freue mich jetzt schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sind in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.